Liebe Mitglieder des MTP, wir stellen euch heute ein brandaktuelles Format vor. Mein Name ist Sebastian. Ich bin Dejan, wir sind euer nationaler Vorstand und melden uns live aus der MTP in Vorwohnung. In diesem Format wollen wir euch Einblicke in unseren Alltag geben und somit unsere Arbeit für euch noch transparenter gestalten. Genau, das machen wir in den nächsten 60 Sekunden. Unsere Zeit läuft ab jetzt. Action! Wir waren in Hannover beim Convention Camp, haben dort die Busbefragungsergebnisse vorgestellt. Wir danken euch dafür, dass ihr so zahlreich daran teilgenommen habt. Diesmal und Dienstag waren wir zum Nationalen Förderer der Deutschen Bildung, haben dort ein intensives Forschungstraining von uns beiden gehabt, um Zeitmanagement unseren Alltag intensiver zu gestalten. Weiter ging es dann mit den Cann-Rollen in Hamburg, in Berlin und in Frankfurt. Dort wurden die aktuellen Preisträger aus Cann-Roll. Ja, ich konnte leider nicht in Berlin sein. Das tut mir leid, nächstes Mal bin ich wieder dabei. Dieses Wochenende hatten wir ein IT-Wochenende hier in Frankfurt, wo es um die Zukunft des MTP-Netz und um unsere Homepages ging. Nächste Woche geht es dann auch gleich weiter, am Montag mit der Cann-Rolle in Erfurt. Und Münster fährt nach Hamburg zum In-House-Workshop von Unilever. Weiter geht es dann auch mit dem Treffen der Kölner Runde. Nächste Woche von Freitag bis Sonntag sind die Vertreter der größten deutschen Initiativen hier bei uns zu Gast. Genau, aber davor, am Mittwoch, feiern die Gießener die Party des Jahres mit der Maxi-Boom, will natürlich auch dabei sein werden. Bis zum nächsten Mal. Sehr einfach. update uns auf diesem Mal und natürlich zu reinen. Untertitelung des ZDF, 2020